Ich camp jetzt. Ich camp jetzt. Ich camp jetzt. Ich camp jetzt. Try's camp on move. Du tötest mich... Ich komm gleich im anderen Modus an, ne? Dann tötet ich dich anders. Ey, passt schon. Ich lass dich jetzt in Ruhe. Bane of Dicks? Ich hoffe, du lässt mich jetzt auch in Ruhe. Freundlich. Ich hätte da so viele Sachen um zu tun. NEIN! Oh, du Idiot! Das funktioniert nur, ob man mit den Sanchez. Aber Slashkill funktioniert auf jeden Fall. Ja. Ob man nur für sich selbst. Machen die guten Programme. Machen die guten Programme. Machen die guten Programme. Mit Common-Block-Befehlen machen. Ja, den kann ich mir geben. Das ist. Das Innere. Jetzt muss ich wieder mein ganzes Inventar wieder aufräumen! Ei, Dir study. M-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh. Hier am rumsippen ist wie so'n Echamhänsen Wie so'n Zipp? Zippa So, Lenny geht's einfach heim, denn alle sollte wachen, alle WT F F Hallo So, ich geh'n bisschen Laustern holen Da wird's hier für immer und ewig Wenn ihr zu mich Damit macht das eigentlich Genug Bei mir hat's 5,5 gemacht Ok, warte Und was du? Glied und John Was? Guck mal, die geht sogar extra aus Damit wir nicht töten Da hat Angst Also ist schade der Angst Mi 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 Deh, der fördert das erstmal richtig das ist mir 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 hauptsächlich mal fördern der typ ist besser EU-Best ne EU-Best muss in 12 minuten ausmelden wenn Vater wieder so akku? ja ach ihnen würde ich sehr schön danken ficken doch mal morgen werden wir so ne ist doch deine mutter ist dann wieder da wird auch besser ne ja, glaub dir wie er ausmacht ich war heute nacht nicht wach du hast wieder geträumt du träumst immer dass ich nachts wach bin geh mal lieber hier zu 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 geh mal Minecraft zocken geh mal Minecraft zocken dass deine mutter mal die Saison ihrer Kreativität freien Laufen ist oh mein Gott das will ich nicht sehen das nachher aussieht ey doch jetzt mag ich so ein bisschen halb hier rum was ist das denn jetzt hier? nicht rumspacken hey Simon ist einfach abgehauen ok das muss ich jetzt nicht verstehen oder Deder? ich vertraue dir nicht was ist mit dir jetzt falsch was aber so ein braves kind nicht 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 das warst du nicht was mit deinem bruder der bruder hat sich nicht so gewählt wovon gewährt ja ich bin abgehackt weil ich abgehackt rede ja weil er abgehackt weil er abhacke ist erst reden dann reden ja das ist wie erst zuschlagen und dann fragen ich habe ein goldbeutelschirn ein goldbeutelschirn ein goldbeutelschirn ein goldbeutelschirn der kommt der weihnachtsmann der hat doch eier dran es gibt immer hier so er ist komisch glas einmal und nicht mehr von gab ich möchte nicht auf dem kampfer weg stehen was für ein kampf ich möchte sie etwas schenken nein wir wissen ob wir töten ich weiß ein villager mit einer judenmütze und er wird nicht töten töten hier hast du einen re-re-re-usable verfahren nebriose oh die füße jetzt brauchen einfach nur Arschlange ach ja die kommt dennoch da durch was soll das sein für ein kack ich dachte ich kann mal knetern lassen ach da muss ich das mal mitnehmen hier den sheet nicht darf auf traurigen die die blöcke müssen die der wird gleich sterben die der wird gleich sterben oh Tobi hat doch mal auf 30.000 Mal Team Fortress zu starten du freust dich doch ähm dann so wie erst Team Fortress wo packe ich das denn jetzt am besten hin verdammt Tofu Tofu mach mal das da oben hin Tofu Tofu also das mit dem ME wird länger dauern wenn das wirklich so lange braucht hier ja ich lass sie jetzt über Nacht mal hier wachsen ich hab mir hoffen dass sie dann was werden jetzt müssen Sachen an mich die haben jetzt 18% ja wie hörst du mir mehr ich hab da schon 100 Stück reingeschmissen ach so ich hab nicht dran gedacht da nicht nur einen reinzuschmeißen das ist wie das kochenprinzip weißt du man kann die Fritöse für eine Pommes anmachen man kann die Fritöse auch 500 Pommes anmachen ja oder man nimmt die Fritöse und schmeißt die Diaschwert rein und bekommt ein Diaschwert aus kann man aber auch messen kann man aber auch messen was machst du da rein eigentlich das ist da so kreis drauf ach da mit meinem Activation Crystal mach ich da drauf und dann nehm ich das irgendwas da rein dann lauf ich weg ja so ist damit es nicht weh tut wie ist es aber knallt hier joo übertreibt doch jetzt hab ich ne Bound Pickaxe nehm ich den Weak Activation Crystal nochmal gleich nochmal weg das erinnert mich nicht mehr durch unzieht nein ich hab's beim springen hab ich's weggedroppt während ich rüber gesprungen bin dabei hätte sie sterben müssen die und diese Werkzeugen die Blut verbrauchen und dann üben das gute ja ich guck mal was das an ja dafür bosse richtig gute Blood Orbs Gold Shred Gold Shred kann man die wohl einfacher zusammenkräften maybe ja meist die alle gleiche die Haltbarkeit 25 25 oh das hat auch 25 ich hab alle 25 scheinbar wie die funktioniert über Schrauben hä das steht doch da drauf du die benutzt ich glaub mit rechts machst du die an oder so ja ich weiß aber dann die müsste dann leuchten äh äh eigentlich äh 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 ich hab kein Plan was ist er macht einfach an irgendeiner Stelle baut er einen Block ab ja ohne Überrohung geht einfach der ganze Chunk runter ja ja das ist normal da gibt es auch noch hast du die Schaufel oder die Pickaxe die Schaufel ja ähm es gibt auch noch eine Pickaxe die verbraucht noch mehr Blut ne äh er hat doch die Pickaxe hat er doch ne das ist die Schaufel ja nimm mal die Pickaxe die Leer saugt boah echt ja die macht zu viel wie oh ja ich darf ein bisschen ich hab die Adrien ich hab die Leer gesaugt ne du bist auch die Leer gesaugt die Leer gesaugt na gut du bist jetzt eigentlich auf den Gwound gefallen aber die saugt super schnell die Pickaxe ja die saugt 10.000 pro Benutzung ja das hatte mir damals Black gegeben der hat mir aber das super diesen ganz extrem op gemacht ja und zwar nicht nur ein sondern zwei ja das hat sich direkt oben weg gesaugt ne ne das ging mit dem ganz großen Gingers war halt aber extrem ne ja ein bisschen ne das geht hast doch gesehen einfach mal ganz easy so ein Chunk aus ja hast ach war doch easy hast du doch